Und hier, das sind die Lepidages Adonis. Ah ja, der Adonis Seiler. Das ist wirklich einer meiner Traumfische. Leider sehen sie auch im Geschäft leider immer sehr unscheinbar aus. Aber wenn man die in so einem schönen bepflanzten Becken wie hier hält, kriegen die Menschen so weiße, rötliche Punkte. Ganz fantastischer Fisch. Ist halt nichts für ein Gesellschafts-Aquarium. Brauchst du mehr so ein kleines Afrika-Becken im Prinzip. Also quasi so wie wir es hier machen mit so kleinen Beifischen. Genau, genau. Klappt das schon, ne? Zobox.de Fische zum Verlieben.